Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem zweiten Teil des WM-Talks, Unternehmen in der Corona-Krise. Heute begrüße ich im schönen Sofitel in Frankfurt Herrn Olaf Bongwold, CEO der Valmet Automotive Incorporation aus Finnland. Vielen Dank und ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Herr Bongwold, erste Frage liegt auf der Hand. Was macht ein Deutscher in einem finnischen Unternehmen? Das Unternehmen leiten. Aber warum haben die gerade in Deutschland genommen und nicht in Finn? Ja, die Firma Valmet Automotive hat vor drei Jahren, als sie auf mich zugekommen ist, sich in ihrer Struktur anders aufgestellt. Sie haben neue Wachstumsmärkte damals eruiert und das Wachstum findet halt im Automotive-Bereich hauptsächlich in Mitteleuropa statt. Finnland ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Top-Automotive-Land. Und man ging davon aus, und ich denke, das war auch der richtige Weg, dass jemand, der im Automotive-Bereich zu Hause ist, das über Jahrzehnte gemacht hat, dieses Wachstum besser vorantreiben kann aus Mitteleuropa heraus als direkt aus Finnland heraus. Und deshalb hat man sich entschieden, in Mitteleuropa nach einem Nachfolger des vorherigen CEOs zu suchen. Und am Ende bin ich es dann geworden. Sie haben aus Ihrer Historie heraus, was sicherlich im späteren Gespräch noch spannend sein wird, eine Elektro-Historie. Vielleicht können Sie dazu noch zwei Worte sagen. Ja, ich war, bevor ich bei Valmet Automotive war, war ich bei amerikanischen Firmen, einmal bei Magna International, 18 Jahre lang. Und dann relativ kurz bei American Axle. Und in beiden Fällen haben wir uns schon mit Elektrifizierung von Fahrzeugen auseinandergesetzt. Bei Magna war ich fünf Jahre zuständig für eine Gruppe Magna Electronics. Dort haben wir neben Fahrerassistenzsystemen auch schon Elektromotoren für batterieelektrische Fahrzeuge gebaut und Inverter und Charger. Also im Grunde schon dort Komponenten entwickelt, die für die Elektrifizierung jetzt absolut wichtig sind. Und bei American Axle haben wir elektrifizierte Achsen, also Antriebsachsen gebaut. Also von daher bin ich schon in dem Bereich etwas länger unterwegs. Wir kommen da später nochmal drauf zu den Fragen rund um E-Mobilität. Vielleicht noch ein paar Worte zur Wahl mit selber. Ich glaube, die meisten Deutschen werden es kennen, als damals der erste Porsche Boxster in Teilen ja dort in Finnland produziert wurde. Genau. Also nicht nur in Teilen, wir haben den gesamten Boxster dort produziert. Die erste Serie war noch so, dass der Boxster sowohl in Deutschland als auch in Finnland produziert wurde. Bei der zweiten Generation, insbesondere kam ja dann der Cayman auch dazu, der wurde dann komplett in Finnland montiert. Also die Fahrzeuge, die dann auf die Straße gingen, sind dann made in Usikopunkie, wie wir es nennen. Okay, wie viele Mitarbeiter hat Walmet heute? Momentan sind wir zwischen 4.000 und 4.500 Mitarbeitern. Wir waren Anfang letzten Jahres schon bei 6.000. Aber dadurch, dass die Stückzahlen doch sehr schwankend sind, haben wir dann angepasst. Auch jetzt in der Corona-Krise mussten wir zwischendurch mal sehr stark anpassen. Dann ist es wieder hochgefahren. Aber wir sind so zwischen 4.000 bis 4.500 Leute momentan. Ja, man hat ja auch gesagt, dass die Automobile eigentlich schon vor Corona leichte Probleme hatten. Haben Sie damals schon eigentlich reagiert, im letzten Jahr schon, also in 19? Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass wir Mitte letzten Jahres schon einen erheblichen Einfluss hatten auf fallende Stückzahlen. Wir mussten Mitte des Jahres erheblich anpassen. Wir sind damals, wir sind vorher in vier Schichten in Finnland gefahren, Fahrzeuge zu bauen. Wir sind dann runter auf zwei Schichten. Wir sind dann Anfang des Jahres wieder auf drei Schichten hochgegangen. Aber die Anpassungen an fallenden Markt haben wir letztes Jahr im Grunde schon vorgenommen. In diesem Jahr haben wir dann massiv zwar Kosten gekürzt, aber ich musste nicht unbedingt personelle Maßnahmen ziehen. Also das war im Grunde alles letztes Jahr schon gemacht. Wo produziert Walmet heute? Das Hauptwerk für Fahrzeuge, also das Werk, wo wir Autos produzieren, ist in Südwesten von Finnland, in einer Stadt, die heißt Usi Kaupunki. Usi heißt Neu und Kaupunki heißt Stadt, also Neustadt, so wie wir hier auch sehr, sehr viele haben. Also Sie können schon Finish jetzt, oder war es das? Nein, nein, ich habe im Februar angefangen, Finish zu lernen. Ich habe gesagt, das ist bislang die schwierigste Aufgabe, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Ich bin auch nicht besonders erfolgreich, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Aber dort ist das Produktionswerk für Fahrzeuge. Dann haben wir letztes Jahr ein Werk in Saarlow gestartet, wo wir Batteriesysteme bauen. Das ist im ehemaligen Nokia-Produktionsgelände in Saarlow. Und dann produzieren wir in Polen Dachsysteme und kinematische Systeme. Das sind die drei Produktionsstandorte, die wir derzeit haben. Und dann haben wir jede Menge Entwicklungsstandorte in München, in Bad Friedrichshall, in Osnabrück, in Wanta, in Turku, auch in Finnland. Also da sind mehrere andere Standorte, wo wir dann Produkte entwickeln. Und ich habe gehört, dass wir bald auch in Frankfurt. In Frankfurt werden wir ein administratives Office haben. Da werde ich dann auch sitzen, weil einige Leute bei uns aus dem Management-Bereich kommen hier aus der Gegend. Wiesbaden, Bad Homburg, ich komme aus Aschaffenburg. Und wir fliegen dann in der Regel von Frankfurt nach Helsinki, um dort dann unsere Meetings zu haben. Da haben wir gesagt, wir sind in Frankfurt am Flughafen, haben wir zukünftig ein kleines Büro. Gut aufgehoben. Genau. Ja, das Leitmotiv dieser kleinen Serie heißt ja Marktveränderung und aber auch Corona-Krise im Besonderen. Als wir im Frühjahr die erste Corona-Krise hatten, bei einem Wettbewerber ja witzigerweise von Ihnen. Wie hat Sie das erwischt? Ja, ich glaube, es ging Ende Februar los damals. Und da haben wir uns natürlich schon Sorgen gemacht. Allerdings hätten wir niemals zum damaligen Zeitpunkt damit gerechnet, was für Ausmaße das Ganze dann letztendlich haben wird. Wir haben allerdings früh, schon im März, dann damit angefangen, unsere Netzwerkstrukturen im IT-Bereich auszubauen, weil wir davon ausgingen, dass wir wohl möglicherweise ins Homeoffice gehen müssen. Und die IT, unsere IT hat damals einen bombastisch schnellen Job gemacht. Also innerhalb von einer Woche haben die im Grunde das Netz so ausgebaut, dass wir auf einen Schlag etwa 700, 800 Leute in Homeoffice schicken konnten. Das haben wir dann auch getan. Und in der ersten Welle haben wir tatsächlich geschafft, wir hatten nur einen einzigen Fall in München. Und sonst hatten wir im gesamten Unternehmen keinen einzigen Corona-Fall in der ersten Welle. Das hat sich dann über den Sommer, war ja dann erstmal alles einigermaßen okay. Jetzt in der zweiten Welle haben wir mehrere Fälle. Insbesondere in Polen sind wir doch betroffen. Aber wir haben dadurch, dass wir erhebliche Maßnahmen getroffen haben, Maskenpflicht, Hygienekonzepte, alles gemacht. Wir können nachweisen, dass sich kein einziger bei uns im Unternehmen angesteckt hat, sondern alles eher im privaten Bereich. Und wenn wir jemanden hatten, der sich angesteckt hat, haben wir das Umfeld sofort getestet und wir haben keinen einzigen positiven Fall innerhalb von unserem Unternehmen gehabt bislang. Drücken solche Maßnahmen nicht extrem auf die Kostenstruktur? Extrem ist relativ. Wir haben natürlich erhebliche Kosten, insbesondere im Werk in Usikopunki, da sind dreieinhalb, viertausend, dreieinhalb tausend Leute fast beschäftigt in Peak-Zeiten. Und dort haben wir Maskenpflicht, auch in der Produktion. Und die Masken werden mehrfach am Tag ausgetauscht. Wir haben mehrfach am Tag natürlich Desinfektionsmittel, die wir verwenden müssen. Und da sind die Kosten dann schon im sechsstelligen Bereich mittlerweile. Und wie hat sich die Produktivität entwickelt? Das Bild ist ja auch spannend in diesen Zeiten. Erstaunlicherweise gut. Also wir hatten ja schon, dadurch, dass wir letztes Jahr schon einen sogenannten Downturn im Volumenbereich hatten, haben wir schon erhebliche Produktivitätssteigerungsmaßnahmen sowieso getroffen. In diesem Jahr haben wir das weitergeführt, das haben wir ja nicht gestoppt. Und die Produktivität in den Werken, also nicht nur in Usikopunki, sondern auch in den anderen Werken, ist nach wie vor sehr, sehr gut. Gut, wir sehen keine Motivationsdefizite, was wir natürlich mehr und mehr sehen, und das stelle ich auch in mir selber fest, ist so ein bisschen so ein Erschöpfungszustand, weil natürlich die gesamte Situation nicht nur physisch, auch psychisch ein bisschen belastet. Und dadurch, dass wir extrem viele Maßnahmen dieses Jahr ergreifen mussten, ist auch der Urlaub nicht unbedingt, hat nicht stattgefunden, bei mir definitiv nicht. Also von der Motivation her, muss ich sagen, bin ich extrem positiv überrascht. Wir haben in allen Bereichen im Grunde höhere Produktivität als in den Jahren davor. Das ist spannend. Was heißt, haben Sie auch den zweiten Lockdown jetzt relativ souverän moderieren können? Bislang ja. Wir mussten sogar dann wieder eine dritte Schicht einführen. Das haben wir dann im Spätsommer gemacht. Also wir waren ja, wie jeder, im ersten Lockdown haben wir sechs Wochen nicht produziert, in Polen sogar acht Wochen nicht produziert. Und dann sind wir einschichtig wieder losgefahren, dann kam die zweite Schicht. Wir hatten an sich geplant, dann die zweite Schicht durchzufahren in Usikopunki bis Ende des Jahres. Aber dann sind die Bedarfe doch glücklicherweise wieder hochgegangen und wir konnten die dritte Schicht wieder einstellen. Das haben wir auch gemacht. Also von daher ist es bislang gut gelaufen. Wenn die Materialsituation es zulässt, werden wir voll ausproduzieren. Und im Moment sieht es gut aus. Also wir sehen momentan keine große Gefahr, dass wir irgendwelche Produkte nicht fertigstellen können bis Ende des Jahres. Der Anlauf nächstes Jahr wird dann wieder spannend, dass wir dann entsprechend Material haben, um zu fahren. Das Stichwort Lieferkette, das war ja auch oft ein Schlagwort in diesen Zeiten. Haben Sie aktuell Probleme in der Lieferkette? Hat sich das Thema so auf Sie ausgewirkt? Ja, also wir haben natürlich das gleiche Problem, wenn wir jetzt an die Fahrzeugproduktion denken, wie unser Kunde Mercedes-Benz. Wir produzieren Autos für Mercedes-Benz, die A-Klasse und den GLC. Diese Fahrzeuge werden ja gleichzeitig von Mercedes-Benz dann entweder in Bremen, in Rastatt oder in Ketschkemet auch gebaut. Und wir sind hier in täglicher Abstimmung, dass wir genügend Material für den Aufbau der Fahrzeuge da haben. Und wir sehen den ein oder anderen Lieferanten wackeln, aber bisher ist es noch nicht zum Zusammenbruch gekommen. Also wir konnten bislang alle Autos produzieren, die wir produzieren wollten. Also sind das logistische Probleme oder weil die Zulieferer an sich wirtschaftliche Probleme haben? Nein, ich sehe es eher, dass es logistische Probleme sind, die aber zum Teil wohl auch geschuldet sind, dass Personal fehlt. Also wenn natürlich Krankheit entsteht und dann möglicherweise der ein oder andere Bereich dann zugemacht werden muss für zehn Tage oder so, dann kann natürlich sein, dass eine Personalknappheit da ist. Was jetzt genau die Hintergründe bei jedem einzelnen Lieferanten sind, bin ich nicht so sehr im Detail. Ich sehe nur, wir haben etwa 20 Lieferanten, wo wir sehr, sehr eng verfolgen müssen, dass wir die Teile auch alle bekommen, die wir brauchen. Kann man das Ländern zuordnen? Also gibt es Unterschiede in der Handhabung der Corona-Krise zwischen einzelnen Ländern? Können Sie da? Definitiv gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel hatten wir in Polen quasi gar keine erste Welle. Polen war im Frühjahr sehr, sehr verschont geblieben von Corona und das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich die nicht so starke Maßnahmen brauchten, wie wir das hatten. Die hatten auch einen Lockdown, gar keine Frage. Die hatten auch sogar einen sehr starken Lockdown, aber die hatten sehr, sehr geringe Infektionszahlen. Jetzt in der zweiten Welle sind die viel mehr noch betroffen als wir. Und ich denke mal, dass dadurch, dass in der ersten Welle gesehen haben, die Infektionszahlen sind extrem niedrig gewesen, dass man nicht ganz so diszipliniert in die zweite Welle gegangen ist und das kommt dann jetzt natürlich dann entsprechend stärker noch als in Deutschland aus. In Finnland hatten wir es ähnlich. In Finnland hatten wir zwar eine erste Welle, aber auch deutlich geringere Infektionszahlen als in Mitteleuropa. Und wirklich vor vier Wochen ging es dann dort richtig los, dass dann die Infektionszahlen auf einmal von mehr oder weniger einem auf einen anderen Tag gestiegen sind. Somit haben wir dort beispielsweise diese ganzen Schließungen, die wir Anfang des Jahres bei uns hatten, dass wir den Einzelhandel und so weiter geschlossen haben, es gab es in Finnland. Es gab auch keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bis vor ein paar Wochen. Das ist jetzt erst dann viel später gekommen. Also somit sehen wir definitiv unterschiedliche Maßnahmen in den einzelnen Ländern. Also wenn wir hier immer davon reden, wir haben den softesten Lockdown, dann kann ich nur sagen, dann war keiner in Finnland. Sie hatten ja eben gesprochen, dass wir in der ersten Phase viele Leute nach Hause geschickt haben. Das heißt, Sie hatten also vorher anscheinend kein Homeoffice. Wie hat sich denn da die Policy verändert in Ihrer Firma? Ja, das war für mich ein sehr guter Lernprozess an sich. Ich war zugegebenermaßen kein großer Freund von Homeoffice. Wir hatten auch keine Betriebsvereinbarungen zum Thema Homeoffice vorher. Und der Grund dafür ist, ich bin auch nach wie vor der Meinung, das, was wir tun jeden Tag, ist eine Teamleistung. Und für mich gehört es zu einer Teamleistung, dass das Team auch zusammensitzt und das Team gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns im Büro treffen, da können wir schnelle Entscheidungen treffen, da können wir die Lösungen dann gemeinsam erarbeiten. Wir wurden dann natürlich gezwungen, die Leute in Homeoffice zu schicken und wir mussten ja trotzdem weiterarbeiten. Das hat deutlich besser funktioniert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Wir haben dann auch eine Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice geschaffen und wir werden auch zukünftig sicherlich mehr damit arbeiten, weil, muss ich auch sagen, ich selber da jetzt gelernt habe, dass es besser funktioniert, als ich vorher dachte. Also da gibt es schon eine Verhaltensänderung quasi durch die Krise, dass Sie sagen, nachher wird das deutlich mehr genutzt werden, als vorher. Genau, genau. Und bei mir persönlich sowieso eine Verhaltensänderung, weil ich führe jetzt ein Unternehmen aus Deutschland heraus, was aber hauptsächlich in Finnland natürlich stattfindet. Ich kann im Moment nicht nach Finnland reisen, ich durfte sogar hinreisen, ich komme nur relativ schlecht wieder zurück, weil ich dann in Quarantäne müsste. Das heißt, ich mache jetzt selber Homeoffice und das ist für mich natürlich ein Riesenlernprozess, weil ich bin niemand, der aus einem Büro ein Unternehmen leitet. Ich war eigentlich immer jemand, der immer vor Ort war und gerne in der Produktion ist. Das findet momentan alles für mich nicht statt. Also das ist schon eine komplette Umstellung, die jetzt da stattfindet. Ja, das ist das nächste Stichwort Reisen. Bei so einem, sagen wir mal, verstreuten Konzern sind die Reisetätigkeiten sehr hoch oder waren sie sehr hoch. Wird auch daraus dann in Zukunft, wird das weniger werden? Da gehe ich von aus. Da gehe ich definitiv von aus. Wir hatten doch das ein oder andere Meeting, wo man mal für einen Tag nach Osnabrück oder nach München entweder mit dem Zug oder sogar mit dem Flieger, damit es schneller geht, gegangen ist. Ich denke, wir werden jetzt viel, viel mehr auf diese Videokonferenzsysteme und diese interaktiven Systeme gehen in Zukunft. Also das wird definitiv einen Einfluss haben. Also das heißt, die Airlines müssen sich warm anziehen für die nächsten Jahre? Ja, das glaube ich schon. Also gerade auf dem Kursstreckenbereich kann ich mir vorstellen, da wird schon einen Einfluss geben. Langstrecke wahrscheinlich auch, klar. Wenn wir jetzt sehen, wir können mit USA, mit China und so weiter sehr gut kommunizieren. Das haben wir aber vorher schon gemacht. Aber ich denke, es wird eine Verhaltensänderung stattfinden, auch in der Industrie. Auch nachhaltig. Wenn Sie sagen, Übersee, ein großer Absatzmarkt für Sie ist vermutlich auch, sind vermutlich auch die USA. Wie erwarten Sie eine Veränderung durch die mutmaßlich neuen Präsidenten, den wir ab Januar sehen werden? Ja, mutmaßlich ist gut. Ich denke, im Umgang erwarte ich definitiv eine Veränderung. Präsident Trump hat durch seine Diskussion zum Beispiel zu Strafzöllen, insbesondere auch für die Automobile, zu erheblichen Spannungen, sage ich mal, geführt. Ich glaube, das Thema America first, was er so herausgestellt hat, das wird nicht ganz weggehen. Das wird auch mit Biden, also ohne Trump, in irgendeiner Weise fortgeführt werden. Die Art und Weise, wie man das Thema allerdings behandelt und wie man zukünftig neue Verträge und so aushandelt, das denke ich, wird deutlich anders sein, als es bislang war, also in den letzten vier Jahren war. Ich hoffe auch, dass insbesondere das Verhältnis zwischen Europa und Amerika durch den neuen Präsidenten wieder an Stärke gewinnt. Das ist ja dann doch ein bisschen unter Spannung geraten in den letzten vier Jahren. Von daher hoffe ich, dass es einen positiven Effekt haben wird. Aber definitiv werden einige Themen durch den Wechsel des Präsidenten nicht verschwinden. Das Thema Nord Stream 2 und so weiter, das wird ja weiter diskutiert werden. Da ist der neue Präsident genauso dagegen wie der alte. Und wir werden definitiv auch in den nächsten vier Jahren oder in den nächsten zehn Jahren Themen mit den USA oder mit Amerika haben, die wir klären müssen, weil Amerika da eine Änderung fordert. Und das wird mit dem neuen Präsidenten genauso sein. Sehen Sie da Auswirkungen auf die Antriebstechnik? Weil er gilt ja als ein bisschen grüner als Trump. Das glaube ich definitiv, dass das Umweltbewusstsein oder dass die neue Regierung ein anderes Umweltbewusstsein haben wird als die alte. Und dass die neue Regierung sicherlich die Transformation zu Elektrofahrzeugen stärker vorantreiben wird als die alte. Davon gehe ich definitiv aus. Wie sehen Sie die Entwicklung an den Märkten? Wir haben ja jetzt bekanntermaßen im Vereinigten Königreich, gibt es ab 2030 keinen Verbrenner mehr. China hat Quoten. Wie sehen Sie die Entwicklung? Wie schnell, wenn wir jetzt mit Blick auf Stuttgart die Diskussion, den Arbeitsplatzabbau, ohne dann jetzt Namen zu nennen, aber es gibt ja diverse Firmen, die jetzt massive Einschnitte durchgeführt haben. Wie rasant sehen Sie den Wandel in der Stelle und wie sicher halten Sie die E-Mobilität als Fortbewegungskonzept? Also ich gehe davon aus, dass die E-Mobilität im Bereich Fahrzeugtechnik nicht mehr zurückzudrehen ist. Wir werden im Jahr 2030 und fortfolgend alle Fahrzeuge in irgendeiner Weise elektrifiziert haben. Ist der Verbrennungsmotor damit komplett weg? Nein, es wird Hybridfahrzeuge geben, die sowohl elektrisch als auch Verbrenner angetrieben werden. Aber der Trend ist ja jetzt kein Trend mehr, sondern es ist eine Transformation vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor und das wird nicht mehr zurückgehen. Das wird auch in Deutschland definitiv natürlich, da wir ja eine der führenden Nationen sind, im Bereich des Fahrzeugbaus um sich greifen, mehr und mehr. Aber ich mache mir da jetzt nicht mehr so große Sorgen, muss ich sagen, wie vielleicht vor drei oder vier Jahren. Weil wir hatten natürlich dadurch, dass wir sehr stark auf andere Technologien erstmal gesetzt haben, den ganzen Elektrifizierungstrend etwas verschlafen. Ich glaube, die OEMs haben das komplett jetzt geändert mittlerweile. Es wird umgestellt. Sämtliche OEMs in Deutschland haben diese Transformation momentan an erster Stelle, an erster Priorität in ihren Strategien. Und das wird jetzt ein paar Jahre dauern und dann werden wir uns daran gewöhnt haben, dass zukünftig die Autos elektrisch fahren. Heißt nicht, dass der Verbrenner komplett verschwindet. Wie gesagt, die Hybridfahrzeuge werden in ein paar Jahren bleiben, aber auf Dauer wird es diese Transformation geben. Ja, man sagt ja gerade, China ist Vorreiter bei dem Thema und denkt hier schon sehr innovativ nach vorne, also direkt auf die neue Technologie zu springen. Jetzt haben Sie ja mit der CATL einen neuen Mitgesellschaft, eine chinesische Beteiligung. Warum sind die Chinesen bei Ihnen eingestiegen? Naja gut, CATL war zum damaligen Zeitpunkt, Anfang 2017, hauptsächlich auf dem chinesischen Markt tätig. Allerdings schon mit deutschen OEMs. Also insbesondere BMW kann ich eigentlich hier sagen, hat mit CATL sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und CATL wollte in Europa expandieren, hatte aber den Zugang zu den OEMs nicht so sehr. Und damit hat man sich überlegt, wenn man jetzt bei einem Contract Manufacturer wie Valmet Automotive, der ja nicht nur im Bereich Gesamtfahrzeuge, sondern auch im Dachbereich, kinematische Systeme und damals noch im Engineering Service Bereich tätig war, dass man den Eintritt in den europäischen Markt durch uns beschleunigen kann. Das war die Begründung. Und natürlich, weil Valmet Automotive, dadurch, dass jetzt ein Engagement von CATL bei uns stattfand, gab es bei uns natürlich einen Strategiewandel. Weil wir haben gesagt, wir werden jetzt nicht ausschließlich mehr nur uns auf den Bau von Fahrzeugen konzentrieren, sondern auch auf den Bau von Komponenten für die Fahrzeuge mehr und mehr. Da hatten wir vorher die Dachsysteme. Und jetzt haben wir dadurch, dass CATL bei uns eingestiegen ist, die Strategie dahin geändert, dass wir jetzt in Batteriesysteme gehen, sowohl Low-Volt, also 48-Volt- wie auch Hochvolt-Batterien für Hybridfahrzeuge oder sogar volle elektrische Fahrzeuge. Also das heißt aber auch, dass die Chinesen vermuten, dass sie in Europa mit dem Thema punkten können, also dass sie im Wachstumsmarkt... Ja, die tun das ja schon. CATL baut ein riesengroßes Werk am Erfurter Kreuz. Das wird in zwei, drei Jahren ans Netz gehen, sage ich mal. Und CATL expandiert massiv in Europa, absolut. Wärt ihr mal nach zehn Jahren die Nase vorne, die Chinesen? Oder die Europäer, wenn es um Elektrifizierung geht oder vielleicht jemand anderes? Wenn es um Elektrifizierung geht, haben die Chinesen jetzt schon die Nase vorne. Also von daher ist höchstens die Frage, wie weit können die Europäer da aufholen? Also für Batteriezellen gibt es in Deutschland, stand jetzt, keine Zellfertigung. Es gibt jede Menge Firmen, die jetzt gerade investieren. Und in zwei, drei Jahren werden wir Zellfertigung haben. CATL ist eine dieser Firmen, die dann in Deutschland Zellen baut. Aber bislang haben wir das halt nicht. Und das heißt, wir haben jetzt hier einen Bedarf aufzuholen, weil den Bereich Elektrifizierung, den haben wir ein bisschen verschlafen. Sowohl wahrscheinlich von unserer eigenen Industrie als auch vom Staat her. Und von daher müssen wir gucken, dass wir aufholen. Die Nase vorne hat China jetzt schon. Ja, man sagt ja, wenn die Chinesen was machen, dann machen sie es auch richtig. Ist davon auszugehen, dass die bald von Verbrennung ganz weggehen? Man hört ja mal diese Horrorgeschichten von den Großstädten dort, die ja quasi im Smog ersticken. Haben die vielleicht nicht sogar eine größere Not, dort rigoroser vorzugehen? Ob sie es ganz abschaffen können, gerade im Nutzfahrzeugbereich, ist es natürlich nicht ganz so einfach, voll zu elektrifizieren. Wahrscheinlich nicht. Aber klar, die Intention in China geht definitiv dahin, den Verkehr zu elektrifizieren. Insbesondere auch, weil eben dort die Technologievorherrschaft ist. Und natürlich haben die ihre Intention zu sagen, wir wollen unsere eigenen Technologien gegenüber externen Technologien bevorzugen. Und alleine da ist die Intention, mehr und mehr auf Elektrifizierung zu setzen, weil gerade im Verbrennerbereich sind sie nicht so führend, wie wir es waren. Und ich denke, das ist ganz normal, dass die dann diese Technologien jetzt insbesondere unterstützen. Ja, der Hauptkritikpunkt an der Elektrifizierung, also an der E-Strategie, ist ja eigentlich die mangelnde Infrastruktur. Jetzt haben wir ja schon Probleme in Deutschland, einem relativ kleinen und wohlhabenden Land. Wie soll das in Ländern wie Nordamerika, also in den USA, wie soll das in China funktionieren, die ja riesige Flächen haben, teilweise auf anderen Wohlstandsniveaus unterwegs sind. Wie wollen wir dort eine flächendeckende Infrastruktur für E-Mobilität bekommen? Ja, ich verstehe, das höre ich immer wieder. Das Problem ist, dass wir nicht mit anfangen. Wir haben eine Infrastruktur geschaffen, indem wir alle paar Kilometer eine Tankstelle gesetzt haben. Wieso soll es nicht möglich sein, alle paar Kilometer ein verdammtes Ladegerät hinzubauen? Das Problem ist, dass wir nicht mit anfangen. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass der eine den anderen anguckt und sagt, wer baut denn jetzt die Ladestation? Muss es die Automobilindustrie machen oder muss es die Mineralölindustrie machen, die verlieren zukünftig ihr Tankstellennetz oder macht es der Staat oder machen es die Energieversorger? Das ist ja hier ein Fingerpointing, was wir haben. Wir müssen einfach anfangen, die Infrastruktur aufzubauen, so wie wir es für die Verbrenner auch geschafft haben. Warum sollen wir das für die Elektrofahrzeuge nicht schaffen? Das ist ja einfach nur eine Sache des Starts. Ja, aber ist das realistisch, dass in den nächsten zehn Jahren, wir haben jetzt diese Halbierung der Werte als neues Ziel, wie realistisch ist das denn, dass wir in zehn Jahren diese ausreichende Infrastruktur dafür haben? Das ist ja nicht mehr so lang. Wie gesagt, man muss anfangen. Wir sehen in der Transformation vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug, sehen wir, dass Arbeitsplätze wegfallen werden im Bereich der eigentlichen Fahrzeugherstellung. Weil das Elektrofahrzeug am Ende des Tages ist weniger komplex als das Fahrzeug, was wir bislang können. Wenn wir vom Antriebsstrang, insbesondere vom Antriebsstrang aussehen. Das heißt, da werden Arbeitsplätze wegfallen. Das wissen wir schon. Auf der anderen Seite haben wir aber jede Menge Möglichkeiten, diese Arbeitsplätze woanders wieder zu installieren, indem wir jetzt eben anfangen, die Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, dort werden Arbeitsplätze wieder geschaffen. Wenn ich jetzt aber nur mich mit dem Gedanken beschäftige, dass Arbeitsplätze da wegfallen und sage, wie schrecklich ist es, dass da Arbeitsplätze wegfallen, ohne zu sehen, dass woanders ein riesengroßer Wachstumsbedarf ist und ich darauf warte, dass dieser Wachstumsbedarf möglicherweise von anderen Lieferanten aus anderen Ländern dann abgedeckt wird und nicht von uns selber, dann ist es von uns ein hausgemachtes Problem, dass wir nicht schnell genug reagieren. Und das ist meines Erachtens das Problem, was wir insbesondere in Deutschland haben, wir reagieren einfach nicht schnell genug. Der Bedarf ist ja da, den sieht ja jeder. Sie fragen mich danach, wie ist das zu machen. Ich muss doch nur anfangen. Ich muss es doch nur machen. Und es macht keiner. Oder es machen zu wenige. Und das ist mein Problem, was ich habe. Naja, aber wer macht es denn? Man hört immer wieder die Niederlande und Norwegen. Ja, gut, Norwegen ist energieautonom. Das ist ein bisschen leichter. Niederlande sind sehr, sehr klein und sehr dicht bewohnt. Das ist auch leichter. Muss man nicht so weit fahren. Wieso ist das leichter? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, warum ist es für die Niederlande einfacher, in den Niederlanden ein flächendeckendes Netz zu machen, als in Deutschland. Wenn ich Deutschland mal in kleine Bröckchen einteile, die heißen bei uns Bundesländer, dann sind die nicht kleiner oder nicht größer als die meisten in den Niederlanden. Also was hat das mit Größe zu tun, ob ich ein flächendeckendes Versorgungsnetz aufbauen kann? Überhaupt nichts. Das sind meines Erachtens alles Ausreden. Und wenn mir das Bundesland immer noch zu groß ist, dann gehe ich in die Stadt. Und dann muss eben die Stadt dafür sorgen, dass die Infrastruktur gemacht wird. Das sind ja nur Ausreden, zu sagen, wir sind zu groß und Niederlande ist klein, da ist es einfach. Das ist doch Quatsch. Ich verstehe es nicht. Erklären Sie es mir. Ich verstehe es nicht. Wir müssen anfangen. Die Frage ist aber, wie realistisch ist es. Also in welchen Ländern haben wir denn, also außer den genannten Zweien, wo haben wir denn ernsthafte Bemühungen? Oder wo ist absehbar, dass wir eine flächendeckende Versorgung haben in den nächsten zehn Jahren? Also das ist gar nicht ironisch gefragt, sondern ich sage mal de facto. Wo sehen Sie das? Also in Norwegen ist jetzt schon eine relativ gute Deckung. Ich glaube in Dänemark, die sind relativ weit. In Finnland ist es noch nicht besonders weit verbreitet, muss ich sagen. Da sind wir noch nicht so weit. Aber auch da, das ist ein Thema, auch diese Länder müssen anfangen. Wir müssen uns damit abfinden, dass diese Transformation stattfinden wird. Die ist ja auch politisch eigentlich erwirkt. Indem eben Grenzwerte für den Ausstoß von Verbrennungsmotoren immer weiter runtergesetzt werden, werden wir keine andere Wahl haben, wenn wir die Mobilität weiter aufrechterhalten wollen, dass wir in Elektrifizierung gehen. Und jetzt, meines Ersten, muss hier politisch viel mehr gemacht werden, dass wir diese Versorgung hinbekommen. Ich glaube, zehn Jahre sind genug Zeit, es zu machen. Wir müssen nur anfangen. Da ist das Problem. Da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, ja, E-Mobilität ist das falsche Konzept, das setzt sich nicht durch. Wasserstoff, das ist die wahre Zukunft. Jetzt sind Sie natürlich ein bisschen befangen im Thema, aber wie schätzen Sie das Thema Wasserstoff versus E-Mobilität ein? Na, erstmal bin ich überhaupt gar nicht befangen. Wenn wir auf Wasserstoff umstellen, brauchen wir trotzdem Batterien. Und das Wasserstoffauto muss ja in irgendeiner Weise auch angetrieben werden. Und das Wasserstoffauto braucht eine Batterie und es braucht einen Elektromotor. Sonst fährt das keinen Meter. Also von daher bin ich überhaupt gar nicht befangen. Das Thema Wasserstoff hat nur, insbesondere für den Pkw-Bereich, noch das Problem, dass es sehr teuer ist und sehr energieaufwendig ist, den Wasserstoff in der Form bereitzustellen, wie wir es brauchen. Und wenn wir jetzt in CO2-Reduktion gehen, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt einen Energieträger bereitzustellen, der in der Bereitstellung so viel CO2 produziert, dass ich nachher durch die Einsparung diese Emissionen, die ich bei der Aufbereitung hatte, nicht mehr ausgleichen kann. Das macht dann keinen Sinn. Und deshalb ist das Thema Wasserstoff im Pkw-Bereich insbesondere momentan A zu teuer, B von der Energiebilanz noch zu schlecht. Im Lkw-Bereich wird es möglicherweise ganz anders aussehen, weil ein Lkw rein nur elektrisch mit Batterie elektrisch zu betreiben, das wird relativ schwierig. Und dort ist das Thema Wasserstoff wahrscheinlich so der Entry-Punkt, wie wir gerne sagen. Das heißt, da wird die Technologie wahrscheinlich als erstes dann kommen. Und möglicherweise wird die dann über die nächsten Dekaden auch ausgebaut. Und dann wollen wir mal sehen, wo unsere Entwicklungen hingehen. Aber in der Zwischenzeit, um schnell jetzt reagieren zu können, sind wir bei der Elektrifizierung. Und wie gesagt, auch ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug, da wird halt die Energie aus Wasserstoff bereitgestellt, aber die muss ja in irgendeiner Weise dann auch in kinetische Energie nach vorne umgesetzt werden. Also Sie brauchen auch dort mindestens mal einen Elektromotor. In der Regel brauchen Sie eine Pufferbatterie oder ein Batterie- oder Energie-Storage-System, um das zu machen. Von daher sind wir gar nicht so weit auseinander da. Guter Punkt. Noch eine letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Es gibt ja, es kursiert ja immer so gerade in sozialen Medien, da sagen Sie ja die Produktion. Oder man muss sich das Gesamte ja sich anschauen, nicht nur den Verbrauch, sondern bei der Produktion des PKWs, also des E-betriebenen PKWs, entsteht ja viel mehr CO2, als ich jemals beim Diesel verfahre. Stimmt das? Sind das wissenschaftlich belastbare Aussagen? Oder ist das auch viel so Verschwörungstheorie, was man da liest? Also erstens mal, wir haben in der Automobilindustrie, haben wir das Ziel und wir werden das als Walmet Automotive bis Ende 2021 schaffen, unsere Fahrzeuge in Finnland CO2-neutral zu produzieren. Das heißt, wir haben jetzt schon, wir messen, wie viel CO2 stoßen wir aus und wie weit müssen wir diese CO2-Ausstoß entweder verringern oder auf anderer Seite kompensieren, dass wir am Ende sagen, das Produkt kann CO2-neutral hergestellt werden. Durch Zertifikatekauf oder? Zum Beispiel auch, aber in erster Linie versuchen wir natürlich den CO2-Ausstoß zu verringern. In erster Linie versuchen wir die Energie, die wir zukaufen, aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, statt aus fossilen Energien. Das sind die primären Schritte. Und dann bleibt möglicherweise ein kleiner Anteil über, den wir über Zertifikate dann in der Tat regeln müssen. Ob das sauber ist oder nicht, lässt sich bestreiten. Aber ich denke, alleine die Tatsache, dass wir diesen größten Batzen an CO2-Emissionen dadurch wegbekommen, dass wir eben die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen, wird auf jeden Fall dem Klimawandel zugutekommen. Wenn wir jetzt rein auf die Batterieherstellung gehen und sagen, der CO2-Ausstoß, der für die Batterieherstellung gebraucht wird, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage, der ist eben so groß, dass ich das nachher im Gebrauch der Batterie nicht mehr aufholen kann. Dann ist das zum Teil richtig, aber es hängt sehr viel davon ab, wie viele Kilometer fahren wir mit dem Auto. Denn umso mehr ich dann mit einem batterieelektrischen Fahrzeug im Vergleich zu einem Verbrennerfahrzeug fahre, umso besser wird natürlich die Bilanz für das batterieelektrische Fahrzeug. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich das viel, viel Entscheidendere ist, wie wird die Energie bereitgestellt, die in die Batterie reinkommt. Wenn die natürlich aus Kohlekraftwerken kommt, dann macht das wenig Sinn. Das ist klar. Dann macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen also es schaffen, und das ist das Nächste, das gehört für mich auch zum Thema Infrastruktur. Die Automobilindustrie wird jetzt momentan politisch sehr stark dazu bewegt, die Fahrzeuge umweltfreundlicher zu machen. Dadurch sind wir jetzt in der Transition zum Elektrofahrzeug. Wir müssen aber sicherstellen, und das ist ja im Grunde das Ende der Kette, wir müssen sicherstellen, dass der Anfang der Kette, nämlich die Energieversorgung, wirklich tatsächlich umweltfreundlich hergestellt wird. Solange wir extrem viel Strom aus Kohlekraftwerken gewinnen, können wir hinten mit dem Fahrzeug nicht viel anfangen. Wenn wir es aber sicherstellen, dass die Energie, die in die Batteriesysteme wirklich aus erneuerbaren Energien, aus umweltfreundlichen, CO2-neutralen Energien hergestellt wird, dann wird diese Diskussion, dass die Herstellung der Batterien natürlich auch CO2 produziert, die wird relativ schnell weggehen, weil dann sind die Energiebilanzen für die batterieelektrischen Fahrzeuge so viel besser als die für die Verbrenner, dass diese Diskussion nicht mehr stattfinden kann. Aber solange wir Kohle verbrennen, um Strom zu erzeugen, ist es sicherlich eine Diskussion, die geführt werden muss. Aber es geht ja da, wo Elon Musk jetzt gefordert hat, Atomkraft wieder stärker zu forcieren, werden nicht viele gerne gehört haben. Wie sehen Sie das? Ich war nie ein Freund von Atomkraft und ich würde es begrüßen, wenn wir es schaffen, die erneuerbaren Energien wirklich so weit voranzutreiben, dass wir keine Atomkraftwerke brauchen. Wenn man natürlich nur auf CO2-Bilanzen guckt, ist Atomkraft wahrscheinlich besser als Kohle. Aber das hat natürlich jede Menge andere Problematiken im Hintergrund. Und wir haben ja schon mal mindestens zwei große Fälle gehabt in Tschernobyl und in Fukushima, wo wir gesehen haben, was Atomenergie mit uns oder mit unserer Umwelt ansonsten macht. Weil unsere Umwelt ist ja nicht nur von der CO2 bedroht, sondern auch von anderen Themen. Von daher hoffe ich, dass wir es schaffen, ohne zusätzliche Atomenergie, unseren Energiebedarf CO2-neutral oder umweltfreundlich zu decken. Das wäre auf jeden Fall das, was ich empfehlen würde, weiterhin zu verfolgen. Ja, boah Gott, vielen Dank, dass Sie zu uns nach Frankfurt gekommen sind. Und ich danke nochmal ganz herzlich für Ihr Interview. Vielen Dank auch. Dankeschön. Das war wieder eine spannende Diskussion heute in unserem Clip. Und ich freue mich, liebe Zuschauer, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt CEO Talk im Wirtschaftsklub. Und ich freue mich, liebe Zuschauer, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.